Es hat sich drei Schlussgeister, oder? Ja, wir reinigen mit unserem Feuer die ganzen schlechten Energien. Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war's für heute. Wenn die Sonne die Berg rodoleicht, dass der Wern der Ungleich feucht, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Und im Wald draust überrollen die Fiegel singen und sie dann über die Wipfel aus sich schwingen, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Wo der Wasserfall ins Toi abfällt und die Kumpen drunter ist gar recht kalt, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir, sind wir daheim. Wo die Bläumen blühen, eine Wiese voller Bracht und die Sonne vom weißblauen Himmel abelacht, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir, sind wir daheim. Wo der Föhnwind bläst man Raum ins Gesicht, klar und weit ist in die Fernwesicht, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Wo das Echo kommt zurück von der Felsenwand, antwort jeden, wurscht in welchem Gewand, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Wo die Fische aus dem See rauspringen und das Wasser kann's da gleich aus sich tringen, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Wo die Eissapfen im Winter abhängen, einmal kürzer und einmal ein Wingerli, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Wo das Feuer knistert und auch ein Wingerl raucht, auch wenn man das gar nicht allweil braucht, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir daheim. Sitzen die Leute gemütlich beieinander, haben sie Gaudi und lachen miteinander, ja da sind wir, 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 sind wir daheim. Wenn sich alle Leute auf der Welt vertragen und sich nur noch schöne Sachen sagen, ja da sind wir, ja da sind wir, ja da sind wir, sind wir, sind wir daheim. Weil die Welt, die ist bunt und rund, wenn wir zusammen tun, sind wir alle gesund, ja da sind wir, 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 ja da sind wir daheim. Ich habe das, 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 ich Amen. Amen. Ich bin der Otschi und da bin ich dabei. Und so segne und beschütze uns auf die Fürsprache Marias und ihrer heiligen Engel und aller Heiligen, der gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Abschließend möchte ich euch, Evi Frigitte, liebe Kanäle und liebe Otschi noch ganz herzlich danken für eure schöne musikalische Begleitung für uns alle heute. Es war für uns alle sehr stimmig und stimmungsvoll und auch allen anderen möchte ich danken fürs Kommen, fürs Mitfeiern, fürs Mitbeten. Ich wünsche euch allen noch eine besinnliche Adventszeit und dass es euch vielleicht gelingt, irgendwann einmal ein paar Minuten zu sich selber zu kommen und sich einzustimmen und zu fragen, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Dass Gott uns Christus deine Botschaft, deine Liebe gebracht hat und dass wir Menschen eigentlich das alles weitergeben sollen an den anderen, dass nicht das Geld und die Wirtschaft alles ist. Noch einmal ganz herzlichen Dank. Noch ein paar Mal. Die DIAWEHA Die DIRY DIAWE Die DIAWEHA Die DIRY DIAWEHA Ja, 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 ja. Ja, 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 ja.